hi leute wenn ihr lust habt mich auf den hochsimmer in der eifel zu begleiten dann bleibt dran da vorne stand ein schild aussichtsturm 1,2 kilometer dann werde ich jetzt hier einfach mal dem weg folgen ja die aussicht von hier oben unbezahlbar wirklich sehr schön angenehm ruhig und chillig hier oben das kann man hier richtig genießen man hat wirklich nur die vögel ob es hier so einen rundwanderweg gibt das wäre auf jeden fall cool da steht es aussichtsturm in diese richtung jetzt hoffe ich natürlich nur noch dass das teil auch offen ist ja egal es lohnt sich auf jeden fall mal hier hoch zu laufen ich finde es immer äußerst spannend irgendwelche unbekannten berge zu erklimmen der hochsimmer hier der interessiert mich wirklich schon seit jahren deswegen musste ich hier hoch so hier geht es hoch zum turm und da vorne ist er auch schon das teil mit den vielen antennen und schüsseln dran da würde ich sagen dann schauen wir uns das teil doch mal an das gute stück rutschgefahr betreten auf eigene gefahr ok ich passe auf gemeinde ertringen die treppen hier sind ziemlich steil da führen überall so kabelschächte entlang naja das ist ja nicht das entscheidende das entscheidende ist die aussicht in die eifel gleich so windig ist es hier oben habe ich aber schon erwartet so ja und jetzt bin ich oben auf dem hochzimmer und auf dem hochzimmer turm natürlich die aussicht heute bisschen diesig aber nichtsdestotrotz phänomenal das wetter spielt schon seit tagen mit echt mega geil die aussicht und dann nochmal die schöne blickrichtung klacher see dann hat sich der kleine abstecher zum hochzimmer doch gelohnt für mich super so ziemlich steil hier die treppe finde ich auch super dass sie den turm nicht geschlossen haben wegen corona da kenne ich ganz andere ecken da sind die aussichtstürme überall geschlossen hallo erbaut 1909 restauriert 1993 wirklich schön hier oben das kann man nicht anders sagen da hinten ist der Nürburgring und etwas weiter rechts kann man die hohe 8 erkennen vielen dank dass ihr mal wieder dabei wart macht's gut bleibt fit und wir sehen uns ciao